Der Pfarrer zum Kriegen 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 Ihr Seelen rüstet euch, rüstet euch, rüstet euch, ihr Seelen rüstet euch. Der Tag erscheinet, die Stunde ist da, von Schlaf und Schnarren aufzustehen und in den Kampf mit Fleisch und Blut zu gehen. Das Heil ist nah, doch auch Gefahr und Fall sind näher, als ihr meidet. Denn wer das Heil mit Füssen tritt, wird statt das Heils verdämmen und statt des Segens Fluch ererben. Der Gnadenkönig bringt den Frieden Gottes mit, doch denen, die mit sich im Fallen Frieden leben, wird dieser Frieden nicht gegeben. Darum zu guter Nacht, O Freundschaft, die mir Gott zum strengen Feinde macht, dir sei ein steter Hass, ein steter Kampf beschworen, bis mit dem Leben sich zugleich auf deinen Macht verloren. Du Arbe, der du mich zum Wollen angeflammt, von dem auf mein Vollbringen fand, mein König, gib bei diesem Turben mir Kraft von oben, und sei da mir allein der Ansatz viel zu heftig, durch deinen Geist in meiner Ohnmächt kräftig. Waffe mich, mit deiner Stärke, Gott, mein Rettung, meine Burg, Gott, mein Rettung, meine Burg. Waffe mich, mit deiner Stärke, waffe mich, waffe mich, Gott, mein Rettung, meine Burg, Gott, mein Rettung, meine Burg. Hilf mir kämpfen, hilf mir ringen, Hilf mir die Wellen, die Lüste bezwingen, heilge mich durch und durch. Hilf mir kämpfen, hilf mir ringen, hilf mir die Wellen, die Lüste bezwingen, heilf mir die Wellen, die Lüste bezwingen, heilf mir die Wellen, die Lüste bezwingen, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Thank you all very, very much. What a delight it is to be here in this beautiful church on this amazing concert series. Thank you so much to Gems for having us. We're Theotokos. We're in residence at a church on the Lower East Side called St. Mary's on Grand Street. And we get into all sorts of Baroque hijinks down there. And one of my favorite things that we've been exploring is this Telemann cantata cycle. Now, I'm sure you all know about J.S. Bach in Leipzig, how he wrote a full cantata cycle, one cantata for every Sunday of the year, several years in fact. You probably also know that he was third choice for that job behind second, Christoph Graupner, and first, that's right, first choice for Leipzig was Telemann. You might not know that Telemann also wrote this complete cantata cycle, one cantata for every Sunday. What I didn't know is they're really good pieces. And they've got all of that word painting and imagination and technical mastery that Bach has. They're just on a smaller scale. They all have the same form, aria, recit, aria. They're all written for one voice, one treble, violin, flute, recorder, or oboe, and continua. And they're delightful. So we propose to you a program of four of these cantatas for the Advent season. We're going to recap Advent and look forward to New Year's. Christmas isn't over yet. So we just heard Taylor admonish us for the first Sunday in Advent to Erwachen zu Kriegen, to awake our souls to war. What are we warring against? Surging lusts, all of those things. And now we're going to fast forward to the third Sunday in Advent. And Elisa is going to talk to us about the darkness before we go to the light, a very Advent kind of theme. And in the recit, she's going to talk about, you think you can hide from God, but he actually sees everything, even your thoughts. And the third movement I love because it's so sort of chipper, the music, but she's saying, oh, you're so angelic. Okay, go ahead, throw the first stone. So it's a great example of Baroque sarcasm. So we continue with, For des ließten tagest schein. Amen. 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 Musik Vor des lichten Tagesschein, schließt ein Winter aus uns ein. Doch vor Gottes Blick nicht, vor Gottes Blick nicht, vor Gottes Blick nicht, vor Gottes Blick nicht, vor Gottes Blick nicht. Musik Im Alsten kein Raum bezwingend, die das ganze Mut durchdringend, ist das Fenster wie das Licht, wie das Licht, wie das Licht, ist das Fenster wie das Licht, wie das Licht, wie das Licht, das Fenster ist wie das Licht, das Fenster ist wie das Licht. Musik 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 O sicherer Sünder, führe dich, gut kennt dich in und äußerlich. Musik 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 Es hält dein höchsten Stern für ein geringes Licht. Was lieb ich, kann ihm straflich scheinen, kurz, kurz, seit Abmeld selben ist, was Menschen doch zu sehen meinen. Musik Wie wirst du selbst die Schenke rein? Ach, so wirf den ersten Stein, ja, nicht auf des mechten Stirner. So wirf den ersten Stein, ja, nicht auf des mechten Stirner. Bist du selbst die Schenke rein? Bist du selbst die Schenke rein? Ach, so wirf den ersten Stein, ja, nicht auf des mechten Stirner. So wirf den ersten Stein, ja, nicht auf des mechten Stirner. Bist du selbst die Schenke rein? Musik Bist du selbst die Schenke rein? Musik Du bist ein Alpen nicht zu sehr über deine Sünden, Söhne. Du bist ein Alpen nicht zu sehr über deine Sünden, Söhne. Du bist ein Alpen nicht zu sehr über deine Sünden, Söhne. Du bist ein Alpen nicht zu sehr über deine Sünden, Söhne. Du bist ein Alpen nicht zu sehr über deine Sünden, Söhne. Söhne. So, Kelsey has switched from flute to recorder to give you another taste of what Telemann is up to. He does specify these instruments, although he doesn't specify voice type. They're either kind of high or kind of low. Some people think they were written for at-home music making, like Saturday night or Sunday evening, and that feels nice because we're at home at St. Mary's and actually we're joining the Gems roster, so Gems is our new home too. So, it all is great. And speaking of great, this next cantata is for the fourth Sunday in Advent, the last one before Christmas, Lauter Wohne, Lauter Freude, sheer bliss, sheer joy. Ah, but this is German Pietist texts from the 18th century, so it's sheer bliss, sheer joy, in my rainy heart. We're still very aware of our sins. And in the recitative, Elise will give us a little catalog of sins. We meet the child of vanity and we meet the people who are all about the feasts or the money or the honor or revenge or lust. It's like a meadow decked in flowers, but all of the flowers are poisonous. And we learn that, of course, in God alone is true delight. And then the third aria is one of these great examples of Telemann text painting. First, we have a constant hesitation, and there's these little phrases that hesitate. And then there's an eternal gnawing. And you'll hear almost like rats gnawing in the instrumental parts. So, you know, optimistic, but still very aware of the darkness. For the fourth Sunday in Advent, Lauter Wohne, Lauter Freude. Lauter Wohne, Lauter Freude. Lauter Wohne, Lauter Freude. Lauter Wohne, Lauter Wohne, Lauter Freude. 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 Lauter Wohne, Lauter Wohne, Lauter Wohne, Lauter Wohne, Lauter Wohne, Lauter Wohne. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. 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 BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So that brings us up to today and we're going to finish with the cantata that Telemann wrote for New Year's Day. And so if you guys like what we're doing, we do play every Sunday down at St. Mary's on Grand Street, constantly rotating cast of singers and instruments. instrumentalists, instrumentalists, visiting artists, instrumentalists, visiting artists, Julliard students. Yeah, so feel free to join us anytime there. We're doing an opera on New Year's Eve at 8 o'clock, a piece I composed called Gawain and the Green Night. I want to give a big thanks to everybody at GEMS, John, Steve, Gene, Paul, Christina, Murat on the sound and the video. Thank you very much for having us. It's such a pleasure to be here. So we're going to finish with And this is, you'll hear terrible weather in the instruments and Taylor's going to be shouting, but the curse is lifted. This is about as positive as these texts ever get. And in the B section of this first aria, Elise is going to sing, your tables break. They break for the second time. The first time with Moses, the second time with the advent of Jesus, of course. And then the recitative is, again, positive. Happy hours. Moses is no longer admonishing us. And the last aria, which will include everybody, says, you know, curb your falling tears. Your tears are the blood of the lamb. Very, very positive. Classic German imagery. So thank you again very, very much and enjoy our last cantata. Halt ein mit deinem Wetterstrahl. Halt ein mit deinem Wetterstrahl. Halt ein. Halt ein. Halt ein. Du Schreckenvolle Sinai. Du Schreckenvolle Sinai. Halt ein. Halt ein. Halt ein. Mit deinem Wetterstrahl. Halt ein. Mit deinem Wetterstrahl. Halt ein mit deinem Wetterstrahl. Du Schreckenvolle Sinai. Halt ein. 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 H Der Kaffenbrecht brecht zum zweiten Mal. Der Kaffenbrecht brecht zum zweiten Mal. Der Kaffenbrecht zum zweiten Mal. Der Kaffenbrecht brecht zum zweiten Mal. Halt ein wie deinem Wetterstrahl, Halt ein, Halt ein, Halt ein. Du schreckenvolle Sinai, Du schreckenvolle Sinai. Halt ein, Halt ein mit deinem Wetterstrahl, Halt ein mit deinem Wetterstrahl, Du schreckenvolle Sinai, Halt ein, Halt ein, Halt ein. Mit deinem Wetterstrahl, Du schreckenvolle Sinai. Beglückte Stunden, da muss es uns nicht mehr so scharf wie vormals dreut. Ja, segenvolle Zeit, da unsere Heil sich eingefunden. Zu diesem halte dich mit wahrer Zuversicht und lass die Seuche nicht bis an die Ende rauben. So raubt dir gleichfalls nicht den Schatz, den Seligkeit. Es macht dich Gottes Sohn, dich sich zu Gottes Kinder. Er hat dir alle Sünde vollkommen genug getan. Ihn zogst du durch den Gläuben in deine Taufe Jordan an. So bist du ja mit ihm vereinigt und also auch in ihm gereinigt. Was ist denn das dir schaden kann? Schon seine Kindheit hat dir dieses vorgestellt. Betrachte nur den heutigen Tag, der deinem Heil zum Morgen dienen mag. Wie segenreich an ihm zum Trost und Heil der Welt. Der Gnade schon dir Tau in Jesum Blut fällt. Der Gnade schon dir Tau in Jesum Blut fällt. Leidergiburg. Der Gnade schon dir Tau in Jesum Blut fällt. Der Gnade schon dir Tau in Jesum Blut. Der Gnade schon dir Tau in Jesum Blut fällt. Das Blut des Lachamest, wo das Blut des Lachamest liet. Das Blut des Lachamest. Das Blut des Lachamest, wo das Blut des Lachamest. 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 St. Malachy's Church, the Actors Chapel on West 49th between Broadway and 8th Avenue in beautiful Manhattan. Happy New Year, everybody. Thank you for coming. That was great. Thank you.